und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von mir und zwar es ist ist es shadow of the tomb raider das habe ich seit einem halben jahr hier liegen bestimmt seit einem halben jahr und ich habe es gerade das erste mal gestartet und ja ich würde sagen geht es direkt los hier gesamtschwierigkeit was heißt das ich glaube ich bleibe bei normal gut also ich bin im großen ganzen echt gespannt was wie es weitergeht ich habe jetzt lange genug gewartet er ganz ehrlich und ich muss immer noch warten scheiß ladebildschirm ich bin gespannt wie es läuft gleich wenn die aufnahme ja wenn das hoffentlich für uns also also ich bin aufnahme ja ich bin stark ich werde im großen Was machst du? Ich gehe an Steuer. Es gibt keine Pfeilschirme. Ich weiß. Ich gehe an die Pfeilschirme. Joana! Jona, fester mich. Jona, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Jona, ich bin hier. Oh, Jesus. No, das war es. Geh! 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 Okay, damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Oder Tomb Raider. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich bin anscheinend in einer Höhle. Ah ja, genau. Jetzt habe ich nicht mal gelesen, was ich zu tun habe, aber ist ja auch egal. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Das ist ja hier noch schöner als im letzten Teil. Ich meine, da ging sowas nicht, ne? So, 13. Mega nice. Auf Kopfhund klettern. Ja, moin. Ich finde, das Spiel sieht mal wieder wunderschön aus. Ich habe es geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Immer dieses, 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 diese Überlebenssicht oder wie es heißt. Das ist mir echt wichtig. Immer schön ausschauen zu halten nach Objekten. Das ist mir wichtig. Das ist mir auch wichtig. Das ist mir wichtig. Ich bin mir auch wichtig. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich hab gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Endschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah! Willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja. Rosa Fisch. Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Na, diese Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte mal verdrücken. Ich bin am Verhungern. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's dein Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also, Südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was? Äh, Präzession. Die Erde ist geneigt. Deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht eine falsche Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit, äh, einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden? Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinities Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe Ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Städte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy. Wie läuft's bei dir? Grazie, Jonah. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je. Ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ach, er hier. Siehst du was? Nein. Suchen wir bereit. Suchen sie nicht besoffen. Kinder wollen kein Alkohol trinken, doch. Das viele Essen lässt meinen Magen knorren. Hallo. Bitte, bitte probieren. Mh, riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Und dann isst sie trotzdem nichts. Frechheit. Hier geht's auch rum. Nein, hier geht's nicht rum. Hierzu bringst du ein Wein. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Da ist was. Was ist es? Was ist es? Es leuchtet. Leuchtende Dinge sind für mich wichtig. Mitnehmen. Klauen. Weggesnackt. Medizin. Ja, Moin. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich glaube, ich gehe weiter in diese Richtung. Ich mag keine Menschenmengen. Ne, sind wir Sturmwappen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Da ist noch was. Das könnte für mich was sein. Sammelobjekte. Ich stehe auf Sammelobjekte. Schau, dass sie so rumschleicht, dass Gott mich ein bisschen nervt hat. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah. Er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey, Jungs. Wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Äh, aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier. Wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr einen Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jo Moin. Einfach mal. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Sorry, ich spreche kein Spanisch. Si, fliegen. Ich glaube, das ist das Einzige. So, warum kann ich denn nur schleichen, ey? Ist denn das... Na gut, unauffällig bleiben, ne? Das ist das Wichigste gerade. Das hier ist ein Friedhof. Ja. Da sind noch mehr Kräuter. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Wo kommt diese Musik her? Das interessiert mich jetzt. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Ach. Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Wie groß ist Lara eigentlich? Das frage ich mich gerade so. Doktor, sind viele von deinen Händen. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollen gehen. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch. Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Okay. Oh. Da. Hallöchen, Popöchen. Hey. Raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach dich Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Oh Gott. Ja, nice. Ich bin nicht. Keine Sorge. No. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Hm. Stoff. Herstellung. Ja. Das ist wahrscheinlich wie bekannt, das Crafting-System wie vorher. Gehe ich mal stark von aus. Aber es ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, seit ich den letzten Teil gespielt habe. Also, ja, ich könnte einiges vergessen haben. Ich werde nur hochklettern. Ja, moin. So. Ich würde gerne aber erst mal was wissen hier. Obwohl, ach, das kriege ich schon früh genug weit her damals, ne? Da gehe ich mal stark von aus. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maja-Pyramide in so einer Art Höhle. Fasziniert. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein. Bitte. Mach es doch jetzt nicht. Es ist deine Schuld. Keine Zeug. Nein. Bitte. Nein. Komm schon. Mach endlich. Soll ich jetzt verraten, oder? Einfach weiterlaufen. Trödel, trödel, trödel. Schießen. Headshot. Voll ins Knie. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Die haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester wahren. Sie wird Malthier sein. Ich muss meine Schwester wahren.